Vor kurzem ist das Raspberry Pi OS in einer neuen Hauptversion 12 alias Bookworm erschienen. Ebenabton hat sein Versprechen wahrgemacht und es stabil veröffentlicht, noch bevor der Raspberry Pi 5, der ja ebenfalls neu ist, in den Handel kommt. In diesem Beitrag fasse ich euch alle Änderungen und Erneuerungen zusammen, ordnet diese ein und werfen einen Blick auf ein paar Fragen, die sich ja einige von euch stellen, zum Beispiel, ob ihr updaten könnt, ob ihr es müsst und welche Möglichkeiten ihr da habt. Für die Änderungen werfen wir erstmal einen Blick, woher das Raspberry Pi OS eigentlich kommt. Das basiert nämlich immer auf der letzten Debian Hauptversion, ist also ein Fork, eine Abstammung von Debian. Debian 12 wurde schon im Juni 2023 veröffentlicht. Darauf folgt dann im Regelfall immer einige Monate später auch ein neues Raspberry Pi OS, nachdem die eben alles geupdatet haben und bei sich die Tests erfolgreich durchgeführt haben. Genau das ist im Oktober 2023 passiert, nämlich jetzt vor kurzem, da ist die stabile Version veröffentlicht worden. Folglich macht es Sinn zuerst mal zu schauen, was in Bookworm, also in Debian 12 Bookworm, alles neu ist. Erstmals gibt es unfreie Firmware in den offiziellen Abbildern, meistens sind das Treiber für zum Beispiel WLAN oder andere Geräte wie zum Beispiel Bluetooth. Das ist für Debian eine ziemliche Gratwende, weil die sich schon immer sehr für freie Software eingesetzt haben. Für uns hier, also für den Raspberry Pi, ist das weniger relevant. Der Pi hat es nämlich schon immer für seine eigene Hardware. Also da habt ihr immer schon unfreie Software mit drin. Ein weiteres Highlight von Debian 12 ist der Linux Kernel 6.1. Aber auch das ist hier irrelevant, denn im Gegensatz zu Debian spielt das Raspberry Pi OS Kernel Updates nicht nur in neuen Hauptversionen aus, sondern auch zwischendurch. Das heißt Linux 6.1, das habt ihr schon mit dem Raspberry Pi OS 11, also dem Vorgänger, und das bereits vor einigen Monaten bekommen. Sehr wohl relevant ist aber die Software, vor allem die Paketquellen von Debian, die sind sehr umfangreich und bekannt dafür, dass sie für verschiedene Architekturen ihre Pakete bauen. Dementsprechend hat sich das Raspberry Pi OS eine große Auswahl an Software, von der es profitieren kann. Konkret hat sich in Version 12 im Gegensatz zum Vorgänger Folgendes verändert. Wir haben 43.000 aktualisierte Pakete, über 6.000 entfernte und 11.000, die neu hinzugekommen sind. Wobei entfernt hier nicht zwingend bedeutet, dass eine Software wegfällt. Das sind teilweise Programme, die nicht mehr aktualisiert werden, aber das können auch zum Beispiel Pakete sein, die die Version im Namen tragen, wie PHP 8 oder so, oder PHP 7, wo man dann eben das alte entsprechend löscht, um ein neues anzulegen. Insgesamt kommt ihr damit auf eine Softwareauswahl von über 64.000 Softwarepaketen in Bookworm. Um das einordnen zu können, habe ich mal ein bisschen rechts und links geschaut. Zum einen beim Vorgänger, also der Raspberry Pi OS Version 11 aka Bullseye. Dort hatten wir über 59.000 Pakete zur Verfügung. Es gibt aber auch andere Betriebssysteme, zum Beispiel Manjaro. Dort mit dem Paketmanager Pac-Man sind wir nur bei 11.500 Paketen oder aufgerundet 11.600 Paketen. In jedem Fall aber nur ein Bruchteil von dem, was uns Debian oder was uns das Raspberry Pi OS über Debian liefern kann. Wenn man dazu wissen will, ich habe auch ein eigenes Video und einen eigenen Beitrag zu Manjaro gemacht, wo ich das mal ausführlicher ausprobiert habe, wie gut das auf einem Raspberry Pi 4 läuft. Ebenso zu Debian. Das kam ja schon vor ein paar Monaten raus. Auch da habe ich mal einen Beitrag gemacht, wo ich auf die Änderungen, die jetzt nicht speziell den Raspberry Pi betreffen, sondern generell Debian, auf die bin ich da mal genauer eingegangen. Weiter geht es mit dem Ton. Auch da gab es eine Änderung in der Infrastruktur intern. Um die zu verstehen, müssen wir mal kurz gucken, wie das so alles zusammenhängt. Der Ursprung liegt in Alza. Das ist ein Kernel-Modul, damit Programme eben verschiedene Töne, wie zum Beispiel Musik eben über die Soundkarte ausgeben können. Das gibt es schon seit 1998 und ist dementsprechend relativ stabil. Vom Vorgehen her greift das Programm direkt per Alza auf die Hardware zu. Das ist effizient, aber wir haben eben dadurch auch den Nachteil, dass man nichts zentral regeln kann, weil jedes Programm die Hardware, also die Soundkarte, selbstständig anspricht. Daher kamen die ersten Sound-Server. Das wäre hier beim Raspberry Pi OS Pulse Audio. Der sitzt zwischen dem Programm und Alza. Das heißt, es ist nochmal so eine Abstraktionsschicht, wo man jetzt auch die Möglichkeit hat, einzugreifen, weil eben jedes Programm, das irgendwelche Töne ausgeben möchte, nicht mehr direkt mit der Soundkarte über Alza spricht, sondern mit dem Sound-Server. Und somit habe ich eben die Möglichkeit, zentral dort irgendwas festzulegen. Das kann zum Beispiel sein, ich möchte etwas aufnehmen, also den gesamten Ton, der zur Soundkarte rausgeht. Oder aber ich möchte einen Hardware-Wechsel nahtloser gestalten. Kennt man zum Beispiel vom Laptop, wenn man den in Docking-Station einsteckt, da wird ja ansonsten die Hardware gewechselt werden und somit gäbe es eine Unterbrechung. Das kann man hier eben vermeiden, beziehungsweise zumindest entsprechend handeln, dass das besser gestaltet wird. Aber so eine Zwischenschicht hat auch Nachteile. Das Signal muss jetzt nicht mehr nur zur Soundkarte über Alza, sondern zwischendrin eben auch noch zum Sound-Server. Auch wenn man die natürlich mehr oder weniger effizient gestalten kann, ist das immer ein Umweg. Das kostet daher etwas Reaktionszeit. Und außerdem muss das Programm das auch unterstützen, dass eben das Programm weiß, ich rede hier mit zum Beispiel Puls-Audio und nicht mit Alza direkt. Warum hat man also nun Puls-Audio durch Pipewire ersetzt, nämlich hier mit der neuesten Version 12? Das Projekt ist deutlich jünger, erschienen 2017, Puls-Audio ist schon ein paar Jahre älter. Dementsprechend ist es besser auf so Audio-Wiedergeschichten ausgelegt, das war ja damals noch nicht so verbreitet. YouTube gibt es zum Beispiel erst seit 2005, Netflix und so, das kam ja auch alles erst später. Daher kann das eben besser mit solchen kombinierten Signalen umgehen. Das gilt auch für andere Sachen, die es damals noch nicht gab, zum Beispiel Isolation bei Wayland. Das ist auch ein Thema, was man hier eben gleich von Anfang an mit berücksichtigt hat. Dazu bringen uns das noch ein paar Verbesserungen im Detail. Zum Beispiel kann der, wenn man ein Bluetooth-Gerät verbunden hat und das Gerät, also den Pi, neu startet, kann der nach dem Neustart automatisch eine Verbindung zu dem wieder aufbauen, damit wir das nicht von Hand machen müssen. Das war nicht die letzte große Veränderung im Raspberry Pi OS 12. Zur Anzeige von den grafischen Elementen wird jetzt Wayland statt XL verwendet. Das sind beides Protokolle, um grafische Elemente, also alles, was ihr auf dem Bildschirm seht, Fenster, Knöpfe und so weiter, dort zu zeichnen und darzustellen. X11 ist schon viele Jahrzehnte alt und bringt dementsprechend noch einige Altlasten mit. Mit Wayland möchte man hier verschiedene Probleme lösen, die durch diesen alten Code entstanden sind, wie zum Beispiel Anzeigefehler. Außerdem soll es mehr Sicherheit bringen, weil die Anwendungen besser voneinander isoliert sind. Zudem wird weniger Code mit Road ausgeführt. So ein grundlegender Wechsel bringt aber auch verschiedene Schwierigkeiten oder Herausforderungen mit sich. Jedes Anwendungsprogramm, also das, was ihr verwendet, ein Browser, ein Medienplayer und so weiter, der muss Wayland unterstützen oder aber dessen Bibliothek, wenn der eben diese grafischen Elemente nicht komplett selber erzeugt, sondern solche Frameworks, solche Bibliotheken, WGTK, QT und so weiter verwenden. Alternativ gibt es mit X-Wayland auch noch eine Art Übersetzer als Kompatibilitätsschicht. Die funktioniert grundsätzlich, bringt aber Einschränkungen mit. Dieser Wechsel ist ein umfangreiches Thema und betrifft nicht nur den Raspberry Pi, sondern schon seit Jahren verschiedene Glonius-Distributionen. Jetzt ist eben der Raspberry Pi mit dem Raspberry Pi OS dran. Ich habe da im Vorfeld schon einen eigenen Beitrag von diesem Wechsel zu X11 zu Wayland gemacht und dort auch genauer erklärt, was dahinter steckt. Weitere Änderungen fallen vielleicht auf den ersten Blick gar nicht auf. Zum Beispiel haben wir hier eine Benachrichtigung, wenn die Stromversorgung nicht stark genug ist, weil man eben zum Beispiel ein schwaches Netzteil hat und auch so eine 2,5 Zoll Festplatte anschließt, die da eben deutlicher an Strom zieht. Das will man im besten Fall ja gar nicht sehen, aber wenn eben da ein Problem auftritt, ist am besten, man kriegt eben die Benachrichtigung, damit man hier Bescheid weiß und reagieren kann, indem man eben ein stärkeres Netzteil kauft oder aber zumindest die Platte nicht mehr an dem Gerät betreibt und es die externe Stromversorgung mitbringt. Außerdem gibt es ein neues Widget, das man aber erst aktivieren muss. Dann zeigt es rechts oben die Auslastung vom GPU, also von der Grafikkarte an. Das gab es bisher schon für den Prozessor, aber nicht für die Grafikeinheit. Ebenfalls neu ist der Network Manager. Ihr merkt schon, hier wurde einiges umgebaut. Und zwar hat man bisher auf DHCP-CD eingesetzt. Das ist ein DHCP-Server, das heißt, wenn ihr den Pions-Netzwerk anschließt, dann nutzt ihr dieses Protokoll, um mit dem Router automatisch eine IP-Adresse zu bekommen, ohne dass ihr da von Hand eine einrichten müsst. Hat auch funktioniert, aber war eben recht rudimentär und da man jetzt eben neue Funktionen einbauen möchte, hat man sich hier entschieden auf Network Manager zu setzen. Den gibt es seit 2004. Der ist bei einigen Distributionen für diesen Zweck im Einsatz und kann eben noch einiges mehr. Zum Beispiel kann er als VPN-Client fungieren, damit ihr den Raspberry Pi über ein VPN ins Netz schicken könnt. Auch ein WLAN-Hotspot ist möglich, das heißt, er ist am Kabel mit dem Netz oder mit dem Internet verbunden. Ihr macht einen Access-Point auf und dann kann sich da zum Beispiel ein Handy dran verbinden. Das alles ist an sich nicht wirklich neu, das könnte man bisher auch mit Software machen, aber die musste man halt erst installieren, erst einrichten und man hat eben nicht unbedingt diese nahtlose Integration in die Oberfläche von Raspberry Pi OS und das ist, denke ich, hier der Knackpunkt. Jetzt muss man hier bloß noch auf oben rechts das Icon für das Netzwerk klicken und dann bekommt man über so einen Eintrag erweiterte Optionen die Möglichkeit, dass man eben eine VPN-Verbindung anlegt oder eben die Hotspot-Funktion aktivieren kann mit einer grafischen Oberfläche, also wesentlich einsteigerfreundlicher, wie es bisher der Fall war. Bei den Browsern hat sich auch einiges getan. Bisher war das ja relativ übersichtlich, wir hatten eine Monokultur auf dem Pi, es gab nur Chromium, das war der einzige offizielle Browser, den sie unterstützt haben. Wiederum ist die Grundlage für Google Chrome und alle anderen Browser, die auf Chromium basieren, das sind ja mittlerweile alle außer Firefox und Safari, also Brave zum Beispiel, Edge und noch viele andere. Schon Chromium und Google Chrome erst recht sind umstritten, zum einen wegen Datenschutz, da werden viele Daten gesammelt und an Google übertragen, dementsprechend auch ein Sicherheitsthema unter Umständen, plus die Monopolstellung, die da eben durch seine Marktanteile hat. Ihr seht es hier, global ist Chrome derzeit bei über 63%, also der dominiert den Markt, danach kommt Safari und ist hier weit abgeschlagen mit nur knappen 20%. Bisher gab es also da gar keine andere Wahl, nun ist das anders mit Bookworm, da wird nämlich auch noch Firefox offiziell unterstützt, der wird voraussichtlich eine aktuellere Version dort ausliefern, bei Debian sind die ja meistens schnell veraltet, weil die keine Hauptversion innerhalb von einem Release aktualisieren, das heißt man muss aufs nächste Debian Release warten und so veraltet die Software relativ schnell und kriegt bloß kritische Sicherheitspatche. Wichtig ist hier die Hardware-Unterstützung, denn auch bisher konnte man das ja nachinstallieren, in einer vielleicht älteren Version, aber es hat mal funktioniert, nur ist eben das Thema, gerade beim Videostream zum Beispiel, macht ihr das alles über den Prozessor, läuft also nicht so optimal wie jetzt beim Chrome, der eben auf die Hardware-Unterstützung zugreifen kann. Für alle Streaming-Fans unter euch ist auch der Kopierschutz Widevine wichtig, die nutzen vor allem große Streaming-Seiten wie zum Beispiel Netflix, Disney Plus, soweit ich weiß, auch. Wenn der nicht vorhanden ist, dann verweigern diese Anbieter das Abspielen von Streams. Wenn ihr ein Raspberry Pi OS 12 neu einrichtet, dann gibt es einen neuen Schritt in diesem Einrichtungsassistent, der euch fragt, ob ihr eben den Chromium-Browser möchtet oder lieber den Firefox. Wenn euch das Thema mit den Browsern und vor allem Googles Stellung mit Chrome dazu tiefer interessiert, da habe ich schon mal zwei Beiträge gemacht. Der erste geht auf die Web Environment Integrity API. Das ist oder kann eine Art DRM für Browser werden, wo eben Google einen Einfluss darauf hat, was bei euch im Browser erlaubt ist und was nicht. Dazu gibt es einen eigenen Beitrag. Plus eben auch das Thema mit Chrome. Da wird so viel an Daten gesammelt, dass es schon seit Jahren einen Fork wiederum gibt von Chrome, der eben diese ganzen Google-Sachen rausschmeißt, damit man den Browser möglichst datenschutzfreundlich und sicher nutzen kann. Wenn du ein Raspberry Pi nutzt mit dem Raspberry Pi OS, vermutlich Version 11 oder vielleicht noch 10, dann wirst du dich jetzt fragen, was muss ich tun, was kann ich tun. Seit 2021 wird immer die aktuellste und die vorherige Hauptversion vom Betriebssystem unterstützt. Bis dahin war es eben bloß die aktuellste Version. Das hat man damals geändert. Das heißt, du bist mit Version 11 aktuell noch im Support. Und das noch eine ganze Weile. Das wird sich erst ändern, wenn Version 13 erscheint. Da gibt es aktuell noch gar keine Pläne. Auch das Debian, auf dem das Ganze hier aufbaut, das fehlt noch. Wird sich voraussichtlich Ende 2025 ändern. Also auch hier noch einige Jahre Zeit. Wer aber noch die Version 10 nutzt, der sollte jetzt dringend upgraden, denn die ist end of life. Das heißt, die kriegt keine Updates mehr, keine Unterstützung. Ihr solltet hier auf Version 12 gehen oder mindestens auf Version 11. Hier ist wichtig zu wissen, der neue Raspberry Pi 5, der unterstützt nur Version 12. Das heißt, beim 4er habt ihr die Wahl, ob das jetzt 11 oder 12 sein oder werden soll. Beim 5er, da wird nur die Version 12 der aktuellste unterstützt. Zu dieser Änderung, die es 2021 gab, mit dem Unterstützen der Vorversion, habe ich auch schon mal einen eigenen Beitrag gemacht. Das Ganze heißt offiziell Raspberry Pi OS Legacy, also immer die ältere Version, die Vorversion, die wird zu Legacy. Da könnt ihr euch das mal angucken, wenn euch das näher interessiert. Wenn du updaten möchtest, dann ist schon generell immer die offizielle Empfehlung gewesen, dass man neu installieren soll. Das wird unterstützt. Upgraden kann man, aber das ist eben auf eigene Gefahr. Das ist eine Eigenheit von Raspberry Pi OS. Das Debian darunter unterstützt In-Place-Upgrades. Das heißt, ihr geht auf die neue Hauptversion ohne Neuinstallation. Daher ist das technisch auch beim Raspberry Pi OS schon immer möglich gewesen und möglich. Kann mehr oder weniger problematisch werden, je nachdem, was ihr an Software drauf habt, wie viel angepasst wurde. Das ist immer schwer vorher zu sagen und recht individuell. Aus dem Grunde war immer meine Empfehlung, ihr könnt das ausprobieren, aber sichert vorher eure Daten, erstellt einen Klon von der Speicherkarte, prüft, dass der Klon funktioniert. Dann könnt ihr es damit ausprobieren und falls da irgendwas nicht passt, dann habt ihr zum einen noch mal eine Sicherung über die Speicherkarte, damit ihr ein funktionsfähiges System bekommt und könnt dann notfalls auch direkt oder später neu installieren. Das war so das generelle Vorgehen. Wie sieht es aber konkret mit Version 11 auf jetzt die neue Version 12 aus? Davon wird offiziell strikt abgeraten und zwar aus dem Grund, weil es eine ganze Reihe an doch tiefer gehenden Änderungen gibt, durch die ein kaputtes Betriebssystem dabei herauskommen kann. Das wird vor allem die Desktop-Edition betreffen, aber offiziell sagt man, solltet ihr nicht tun. Wer es probieren möchte, auch hier würde ich unbedingt dazu raten, dass ihr alles sichert und auch prüft, dass die Sicherung funktioniert, damit eben, wenn hier was schief geht, auf jeden Fall eure Daten nicht weg sind. Ja, also es gibt eine ganze Reihe an Veränderungen hier, die es so in den Vorversionen nicht gab. Primär geht es darum, dass man ältere Dinge, dass man die erneuert und auf einen Stand bringt, die noch andere Distributionen schon durchgeführt haben. Gerade sowas wie Network Manager ist ja schon relativ verbreitet. Wayland ist wohl gerade auf dem Desktop ein Knackpunkt. Das kann unter Umständen noch Probleme machen. Es geht zwar einiges schon relativ gut, aber das ist eben auch immer so eine Sache und kommt stark auf die Applikationen drauf an. Egal ob Desktop-Server oder was anderes, neue Software gibt es für alle und zumindest aktualisierte für diejenigen, die jetzt von dem nichts benötigen. Generell natürlich ein längeres Support-Zeitraum, denn die neue Version, die bekommt ja jetzt eine ganze Zeit länger Updates wie die vorherige. Deswegen macht es gerade für neue Projekte durchaus Sinn, dass man möglichst auf die Version 12 gleich setzt. Wayland hatte ich eben schon angesprochen, kann Probleme machen, möchte ja die Hintergründe interessieren, was da passiert, warum es passiert und wie der Vorgänger X11 so war in der Hinsicht. Da habe ich auch schon im Voraus zu diesem Beitrag einen eigenen gemacht, wo ich das näher erkläre, weil das ist, denke ich, schon wichtig für den Desktop. Das betrifft auch nicht nur das DisplayPiOS, sondern viel Distribution, wahrscheinlich auf mittel- bis lange Sicht alle. Was hältst du von den Neuerungen? Hast du schon geupgradet? Hast du es vor? Schreib es gerne auf uns, du lebst dir ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.